So Freunde, bevor das eigentliche Video startet, hier eine kurze Werbung für meinen Partner Eneba. Checkt ihn auf jeden Fall sehr, sehr gerne aus. Hier kriegt ihr aktuell auch PSN-Karten sehr, sehr günstig. Wir gehen mal drauf ein. Also PSN-Karten kann man ja immer gebrauchen für Mitgliedkarte. Dies, das könnt ihr ja immer gebrauchen, Freunde. Gebt ihr einfach ein PSN, geht ihr auf Deutschland natürlich. Und ihr zahlt da nur 41,50 Euro, glaube ich. Gebt dann natürlich noch den Code ALEX96 ein. Damit spart ihr nochmal 3%, Freunde. Also wie gesehen eine 50er PSN-Karte für 41,47 Euro. Finde ich sehr, sehr gut. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mit dem eigentlichen Video. Willkommen, meine Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute zu einem sehr, sehr erfreulichen Video, Freunde. Ja, ihr lest schon am Titel. Wir haben über 2 Millionen Gewinn gemacht. Ich hoffe, ihr auch, Freunde. Sehr, sehr viele von euch haben ja über Insta geschrieben. So 60, 70 ungefähr. Dass ihr auch sehr, sehr guten Gewinn gemacht habt. Es freut mich natürlich, Freunde. Wenn es euch natürlich wieder mit dem Video gefällt, gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen hoch. Dann natürlich immer mehr Training-Tipps. Wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen, Freunde. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Wie gesagt, ihr lest am Titel 2 Millionen Gewinn. Die zeige ich euch natürlich jetzt, wie wir die gemacht haben. Ihr habt natürlich gesehen, wir haben hauptsächlich in Gladbacher investiert. Und die sind natürlich richtig gut gestiegen. Ich habe die alle so für um die 500, 600 geholt. Wir gehen mal durch, was ich bezahlt habe, Freunde. Also, was ich verkauft habe, besser gesagt. Ihr seht, ich habe ungefähr mit 2 Millionen gestartet. Ich habe jetzt nicht jeden hier gescreenshottet. Aber ich habe einen Großteil gescreenshottet, dass ihr seht, wie viele ich ungefähr verkauft habe für die. Also, ich habe viele für 2K verkauft, aber auch so viele für 2,5, 2,6 ungefähr. Also, pro Karte ungefähr 2.000 gemacht. Kann auch sein, dass ich über mehr wie 2 Millionen Gewinn gemacht habe. Also, so zwischen 2 und 3 Millionen Gewinn ungefähr mit dem ganzen Gladbacher. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, die zu kaufen. Wie gesagt, von euch sind auch sehr, sehr viele mit reingegangen. Ich habe so viele Insta-Nachrichtungen noch nie nach so einem Investment bekommen. Freut mich natürlich, Freunde. Wie gesagt, ich konnte da auch nicht jedem antworten. Und ich hoffe, ihr nehmt mir es nicht so übel, aber ja, da kamen halt im Minutentakt die Nachrichten rein. Gehen wir einfach mal durch. Wie gesagt, ich habe hier sehr, sehr viele verkauft. Am Anfang noch, ihr seht, für 2K, was am Ende viel zu billig war, aber viele auch für 2,5. Gehen wir einfach kurz durch. Ihr seht, da sind so viele weggegangen. Gehen wir einfach durch. Seht ihr dann die Karten. Rafael habe ich ja für 650, 800 Mal geholt oder 900 Mal ungefähr. Der hat sich auf jeden Fall auch rentiert, der gute Kollege. Die Non-Vers ist sehr, sehr gut selbst. Die Bronze-Spieler sind für fast 3.000 weggegangen. Ich glaube, die seht ihr später auch nochmal. Also wir haben ja sehr, sehr guten Gewinn gemacht. Ich kann nicht jeden Screenshot freuen, wie gesagt. Ich habe hier jetzt immer ein paar Mal einen Screenshot gemacht. Aber ihr seht es an den Münzen. Die gehen immer weiter nach oben. Wir haben bei 2 Millionen gestartet, sind jetzt schon bei 3. Und ja, die Gladbach haben auf jeden Fall die Kasse ordentlich gefüllt. Jetzt sind wir über 3 Millionen. Aber ihr könnt es ja sehen, Freunde. Jetzt hier 3,5. Ich musste auch zwischenzeitlich in der Web-App verkaufen, weil ich kann immer noch nichts auf der PS4 verkaufen. Ich habe einen Verkaufsband bekommen. Es ist wirklich unfassbar, dass es sowas gibt. Das kann ich euch auch mal gleich zeigen. Ich kann nichts verkaufen auf der PS4. Also es ist wirklich katastrophal. Also zum Glück kann man über die Web-App verkaufen. Sonst würde ich jetzt noch auf bestimmt 1.000 Gladbachern hängen. Hier seht ihr den Brause-Spieler. Habe ich jetzt nicht gefilmt. Aber ja, egal. Ihr werdet, glaube ich, später noch welche sehen. Also wie gesagt, gerade die Innenverteidiger waren das Heer. Sehr lecker. Die haben so gute Profite gebracht. Hier waren wir schon bei 4 Millionen. Also ihr seht, Freunde. Die Coins sind da gerattert. Und natürlich am Transfererlös. Wir sind, glaube ich, 2,5 Millionen nach oben oder so. Natürlich Nettogewinn ein bisschen weniger. Wir haben jetzt, glaube ich, fast 16 Millionen Transfererlös. Was natürlich überragend ist, Freunde, zu dem Zeitpunkt. Ich habe mir bis zum Totti den Ziel gesetzt, 20 Millionen Transfererlös. Aber wenn es weitergeht, können wir Richtung 30, also 25 Millionen bis 30 Millionen anplanen. Weil 20 werden wir easy schaffen. 20 wird wahrscheinlich, ja, ich will jetzt nicht übertreiben. Aber demnächst wird 20 Millionen geknackt. Hier seht ihr die Browser-Spieler. Wie gesagt, da habe ich auch so viele geholt für 150. Auch die natürlich leckerer gewinnen. Wie gesagt, 2K pro Karte. Das schmeckt natürlich, Freunde. Hier sind wir schon bei 4,7 Millionen. Ich habe mir natürlich noch mal ein paar Lewandowski-Informs gekauft. Sehr, sehr günstig. Ist runtergegangen. Habe ich noch mal eingekauft. Es könnte halt sein, dass er so eine TOTKS-Karte bekommt. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Inform noch viel, viel weiter einbricht. Weil, ja, wo soll er noch hingehen? Er ist aktuell bei 140 ungefähr. Da kann man nichts verkehrt machen. Oder 150 so. 150 wird er auch wieder easy gehen. Deswegen werde ich den ein bisschen überteuert anbieten. Geht schon. Ich habe ungefähr 7, 8, 9 Lewandowski noch. Könnt ihr euch ausrechnen. Da ist nur mal über eine Million drin. Natürlich auch noch Navas. Werde ich euch auch noch gleich zeigen. Den Navas haben wir auch einmal überteuert verkauft. Hier, ihr seht hier den Bronze-Spieler. Ich habe einen extra Screenshot vom Bronze-Spieler gemacht. 2,7. Ich habe für 150 die geholt. Also, das sind mehr wie 150 pro Karte. Könnt ihr euch ja überlegen. Hier, die LW, die ist am Ende gegen die für 3K, wo das richtig teuer ist. Hier, ein Zippel. Den habe ich auch für 400 oder 500 geholt. 3.300. Und jetzt kommen wir noch zu einem Snipe, Freunde. Ich war gerade wieder so am Lewandowski einkaufen. Ich gucke so rum. Ich sehe so, ich wollte den 90er eigentlich kaufen. Ihr wisst, den 90er, ich verkaufe den 90er immer ein bisschen ÖV. Und sehe auf einmal, 91er ist vom Preis vom 90er drin. Habe direkt zugeschlagen. 50K Gewinn ungefähr. Also, der hat zu dem Zeitpunkt 160 noch gekostet. Kostet jetzt ein bisschen weniger, aber ist trotzdem ein sehr, sehr schmackhafter Gewinn, den für 108.000 zu bekommen. Ja, und dann werden wir so gesehen, hier mit den Verkäufen erstmal durch, Freunde. Gehen wir erstmal jetzt auf die Verkäufe von ihr ein. Ihr seht, ich habe ein Navas verkauft. Die habe ich ja für 40 eingekauft. Der ist aktuell bei 56. Ich verkaufe hier von um die 60. Und ihr seht, das Silbermethode. Also, Silbermethode geht immer noch super. Ihr seht es hier. Super Verkäufe. Allerdings, wie gesagt, ich kann halt aktuell nichts verkaufen. Deswegen, ich zeige euch mal, was ich noch auf meiner Liste habe. Noch sehr, sehr viele Navas. Noch sehr, sehr viele In-Forms. Lewandowski. Ihr wisst ja, den hier habe ich auch. Ich hatte, glaube ich, so 2.000 Gladbacher geholt. Und 100 Mal ihn hier ungefähr. Weil ich dachte, vielleicht kommt hier Lazio rum. Den habe ich immer für 500 geholt. Den verkaufe ich gerade für 1K. Der kostet ungefähr so 800. Werde ich aber auch ein bisschen runtergehen mit dem Kollegen. Ihr seht, Navas. Wie gesagt, Navas haben wir für 40 geholt. Ich stehe bei 56. Das heißt, die Leute, die mit in den investiert haben. Auch hier schon einen Gewinn von 15.000, 16.000. Okay, ich biete die aktuell auch viel zu teuer an. 60.000. Ich werde die alle für 60.000 reinstellen. Dass wir da ein paar loswerden. Wie gesagt, Maches haben wir noch sehr, sehr oft. Mein Semedo ist auch noch drauf. Den Kollegen, wie gesagt, den haben wir schon auch sehr, sehr oft geholt. Hier noch ein paar Lewandowskis. Da war es noch ein paar Mal. Lewandowski, Dybala. Und hier nochmal Lewandowski. Ich habe den für 100.000 geholt. Ich will den jetzt für, sag mal, bieten den jetzt für 130 an. Aber ich werde den nicht anbieten. Ich muss über die App gehen. Weil jetzt wird hier sehen, ja, Verkaufsbank. Dein Tauschkonten nicht abgeschlossen wird. Ich kann das jetzt 100 Mal drücken. Das wird 100 Mal kommen. Weil ich zu viel verkauft habe. Kann ich nichts verkaufen, Freunde. Das Ding. Wir machen erstmal hier die Verkäufe weg. Und dann nehmen wir die Top-Partie noch abschließen. Die werde ich euch zeigen. Die werde ich allerdings, kommen die in dem Video morgen, Freunde. Mit dem Weekend-League-Wars. Die habe ich noch nicht gezogen. Die werde ich heute Abend erst ziehen. Zum THTDS. Falls dann so ein Event kommt ja. Da möchte ich natürlich die Chance haben auf diese Karten. Deswegen werde ich heute Abend erst ziehen. Weil, ob ich jetzt heute Morgen ziehe oder heute Abend, ist so im Endeffekt egal. Deswegen machen wir das einfach heute Abend. So, wir gehen nochmal kurz auf die Top-Partie drauf ein. Was hätte es sich am meisten gelohnt zu investieren? Natürlich hier, Gladbacher. Wir haben einen sehr, sehr guten Profit gemacht. Keine Frage, Freunde. Wir haben 2000 pro Karte gemacht. Man hätte bei einer Partie noch mehr machen können. Man hätte bei ManCity, die ManCity-Spieler sind auf 5k ungefähr gegangen. Hätte man ungefähr 3.500 pro Karte machen können. Also man hätte 1k mehr machen können. Man hätte die allerdings schon für 1,3 einkaufen müssen. Und nicht wie die Gladbacher für 5,600. Deswegen, ich gehe ja immer auf diese Methoden, die eher sicherer sind. Und ich denke, jeder, der bei den Gladbacher mitgegangen ist, der hat 2k pro Karte gemacht. Das ist vollkommen in Ordnung, Freunde. Wie gesagt, ballert hier die Daumen auf jeden Fall hoch in diesem Video, Freunde. Ich möchte hier über 100 Daumen hoch sehen. Supportet dieses Video, Freunde. Wie gesagt, ich überlege auch, wenn ihr dieses Video hier gut supportet, jeden Tag jetzt einen Trading-Tipp zu bringen. Wenn ihr Bock habt, wie gesagt, schreibt ihr gerne in die Kommentare und schreibt mal Hashtag aktiv in die Kommentare. Seid mal ein bisschen lebendiger im Chat, besser gesagt, in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, schließen wir jetzt die Top-Partien ab. Erste ist hier, relativ easy, La Liga. Müsst ihr einfach ein paar Silberspiele einbauen. Relativ easy, habe ich jetzt einfach irgendwas reingeballert. Also ich habe einfach 2 von La Liga reingehauen und den Rest Silberspieler. Das ist relativ easy. Erklärt sich davon selber, was man da reingebaut hat. Und ja, vielleicht werde ich heute Abend auch streamen, vielleicht ein bisschen Browser-Pack-Methode machen. Allerdings würde dann jeder wahrscheinlich fragen, was ich mit einem Rewards hatte. Deswegen, die werden wahrscheinlich erst morgen 14 Uhr kommen, die Rewards. Das Video seht ihr wahrscheinlich heute 14 Uhr. Bin mir noch nicht sicher, wenn ich es genau hochlade. Aber ich denke mal, heute 14 Uhr, wie dieses Video online kommt. 14 Uhr werde ich wahrscheinlich immer so versuchen abzuladen, Freunde. Außer natürlich, es kommt um 19 Uhr was. Dann lade ich natürlich auch mal zwischendurch was hoch, ist natürlich klar. So, wie gesagt, das erste Schließen wir ab. Levante Valencia, das ist die einzige Partie, die ich nicht predikt habe, Freunde. Wir haben wieder gut getroffen. 3 von 4 kann man leben, mit Leben. Also wie gesagt, diese 3 Partien hatte ich alle 3 auf dem Schirm. Haben wir gut wieder prediktet. Also da bin ich wieder gut dabei gewesen. Mit 3 von 4 kann man immer leben, 75%. Wir haben ja die meisten Male immer 3 von 4. Wie gesagt, Levante Valencia. Hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, bin ich ehrlich, Freunde. Hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Wahrscheinlich hier, ich weiß nicht, ob das ein Derby ist oder so. Kann das sein, dass das ein Derby ist. Hatte ich jetzt, wie gesagt, nicht auf dem Schirm. Gladbach Bayern war mir klar. Deswegen bin ich da mit 2000 Gladbacher auch reingegangen. Nicht ganz 2000. Ich glaube, ich hatte 1800 Gladbacher geholt. Aber wie gesagt, das waren fast 2000 Gladbacher, was ich hier geholt habe. Gehen wir einfach mal durch. Ich hoffe, die sind nicht auf der Bank. Doch, die sind auf der Bank. Ich habe hier erstmal, natürlich, ihr seht hier, ein paar Spieler natürlich genutzt, die ich noch so im Verein habe. Einfach Silberspieler für 150. Das ist wirklich nicht teuer. Hier ein paar Untauschbare. Und dann natürlich die Gladbacher. Habe ich natürlich noch 3 Stück behalten. Die Restlichen habe ich alle verkauft. Ich habe keine mehr im Verein. Würde ich euch auch empfehlen, Freunde, für den Preis. Haut ihr die weg. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch bei dem Preis aktuell stehen. Denn, ja, anscheinend sind die sogar noch höher gegangen. Ja, also, wer noch welche hat, kriegt wahrscheinlich jetzt sogar um die 3K. Aber egal, wie gesagt, ich bin zufrieden. 2 Millionen Gewinn. Man sollte jetzt nicht nachschauen, ah, man hätte 2,5 Millionen Gewinn. Ist egal, 2 Millionen Gewinn ist schon sehr, sehr saftig, Freunde. Wer mir vorher gesagt hätte, du machst 1 Millionen Gewinn, hätte ich sogar unterschrieben. Wir haben es über 2 gemacht. Perfekt, also, da kann man sich echt nicht beschweren. Ja, deswegen, so ein paar Coins. Man wird nie zu einem perfekten Zeitpunkt verkaufen. Und gerade, wenn man so wie ich auf Masse gekauft hat, ist eh okay. Es ist eh vollkommen in Ordnung. Inter gegen Ars Rom. Man muss sagen, die Top-Party-Packs wieder nicht so geil, muss man sagen. Hier braucht ihr nur 3 von Italien-Spielern. Der Rest ist egal. Ich habe jetzt einfach alles untauschbar reingehauen. Also, ihr seht hier, ich habe hier nur untauschbare Spieler benutzt. Und ich muss ein bisschen leer machen, die untauschbaren Spieler. Könnt ihr auch gerne reinschreiben, was wir bei den Revivals-Rewards nehmen sollen. Soll ich da 2 mal die 125-K-Packs untauschbar nehmen? Weil wir haben halt schon relativ viele hochbewertete Spieler untauschbar. Oder soll ich 1 nehmen tauschbar? Schreibt ihr gerne rein, Freunde. Würde mich auch interessieren. Ihr seht hier, was wir noch für Packs haben. Wir haben 200-K-Packs von Gold 1 noch. Gucken wir mal, was wir heute Abend bekommen. Hoffentlich was Gescheites. So, wie gesagt, Manchester gegen... Manchester-Derby halt. Und wie gesagt, die City-Spieler, die sind auf 5, 6k hochgegangen. Ich habe den tauscht beim Verein gehabt. Das war auch der einzige, den ich hatte. Ich hatte noch einen Walker und Aguero wollte ich aber nicht abgeben. Freunde, wie gesagt, hier war auch noch wichtig, dass ihr hier keine Spieler... Also ihr dürft keine 2 Spieler aus einem Verein nehmen. Ihr dürft immer nur aus einem Verein nutzen, die Spieler. Ihr seht hier, was ich genommen habe. Viele aus der Premier League, aber auch 2, 3 aus anderen Liegen. Hier ihn zum Beispiel, 3. Englische Liga konnte ich gut einbauen. Auch hier wieder sehr viel untauschbares Zeug benutzt. Ja, geht auf jeden Fall klar. Senden wir auf jeden Fall ab. Bekommen wir ein Prime-Electrum-Spieler-Pack. Das ist das beste Pack davon. Und das ist... Ja, deswegen ist in dieser Tischspieler wahrscheinlich auch so teuer. Top-Partien abgeschlossen. Und kriegen wir nochmal ein Premium-Gold-Spieler-Pack. Das sind, glaube ich, eine Ladungsspieler. Und einer davon ist selten. Geht auf jeden Fall klar, wie ich finde. Und ja, wie gesagt, wir haben jetzt 10 Packs. Die Vivals-Rewards kriegen wir auch noch. Dann kriegen wir wahrscheinlich 12 Packs. Dann seht ihr natürlich noch meinen Player-Picks. Morgen, Freunde, um 14 Uhr wahrscheinlich. Und dann wäre es das mit diesem Video gewesen. Wie gesagt, ich bin absolut zufrieden, Freunde. Manche von euch haben ja auch geschrieben, ah, die haben schon für 1,7 oder 1,8 verkauft. Nicht traurig sein, Freunde. Es ist trotzdem 1k pro Karte. Das ist trotzdem ein sehr, sehr guter Gewinn. Also, wie gesagt, da kann man nichts verkehrt machen. Wer da mit investiert hat. Massen investieren lohnt sich dieses Jahr. Deswegen gehe ich auch dieses Jahr eher so in die Investoren-Schiene. Ihr merkt es ja, Freunde. Jede Woche die Top-Partien volle Karte mit 2.000, 3.000 Spielereien. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit diesem Video. Wenn ja, gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Sprengt den Like bei den Freunden. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein bis die Tage. Ciao, ciao, meine Damen und Freunde.